Bringst du es rein? Bist du neugierig, Sascha? Nein, ich bejahre dir nicht. Ich zeige euch, was wir ausgebaut haben. Da bist du Depper da. Da haben wir den ganzen Rahmen ausgebauten müssen. Das ist eine genauso große Kupplung. Ein Getriebe. Das ist super. Die Getriebe sind nicht mehr recht groß. Kleiner Motor, große Kupplung. Ein Getriebe. Die Kupplung ist nicht so groß. Du nimmst die Ratschen. Die kleine. Das ist halt elfartig. Weil es ein langer Pick ist. Ja, den kleinen Schlagschrauber bringst du es auf. Spannst du wieder, Oli. Wie viele Schrauben sind da? So, mit ein schönes Handball vom Handy holen. Warten wir. Komm her, fang sie auf mit dem Mund. Er ist gerade. Der Start ist ein komisch, der geht ja ganz anders. Was? Nein, der geht nicht da rein. Also, da sitzt er. Ja, aber du kannst ihn nicht weggeben. Ja, ich habe ihn weggegeben. Also, weil die Schrauben gehen von da durch, durch das Getriebe. Also, ich mach da ja, da hängt es schon fest. So, machen wir keine Kupplung. Ja. Ja. Die Schrauben vergessen. Wow, der hält so gut. In Stifte. Ja, das ist ein bisschen besser. Ja, das ist ein bisschen besser. Ich werde dich noch zeitiger davon anhalten, oder? Na ja. Ja, aber die Nieden müssen schon. Ja, das ist schon knapp. Du hast meist das Doppelte bei den Nieden. Hallo. Ich glaube, du kannst es wechseln, bis die Schlitze weg sind. Oder sonst sind sie nicht auf die Nieden. Nein, vor allem, bevor ich zum Rutschen habe, bevor es auf die Nieden kommt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es drin war. Die ist halt nicht immer mit dem Getriebe. Und sie ist. Scheiße. Manche nicht, das hast du auch. Schmeckt's? Ja. 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 Das ist der Vorder. Ja, das ist der Vorder. Angst hast du nicht rein, Papa. Angst steht frisch warm warm. Aber man kann es trotzdem einfahren. Sie können es einfach. Dann tracht der Motor, wie du bist. Sag so nicht, sonst geht's. Ja, du bleibst hängen.